Willkommen zurück bei A Ground in dieser sehr spannenden Situation hier. Ich werde mal gerade noch was in Kleinigkeit essen. Ja, muss ich auch. Hast du dir Cheeseburger und so mitgenommen? Ich habe mir Cheeseburger mitgenommen, ja. Gut, weil die sind glaube ich so am effektivsten, was Heilung und Stamina angeht. Und sonst halt den Kuchen für Stamina. Wir kesseln ihn ein. Ich komme von der Seite. Okay, er ist direkt über mir. Alter, wie schnell das hier geht. Kannst du auch hören, wegzulaufen. Achso, da geht es nur noch. Ist er tot? Ja. Juhu. Haben wir auch das andere Fett jetzt? Nee. Der ist noch am Hafen. Nein, das wollte ich nicht. Oh, Errungenschaft freigeschaltet. Schocken. Ja, kannst du Sachen mitnehmen? Ach, Kleck. Nee. Irgendwie nicht. Ah, Batterien. Oh, aber einige. Hast du die mitnehmen können? Ja. Oh, Level ab. Cool. Äh. Alter, wie viele sind hier? Scheiße. Ich habe keine Munition mehr. Geh aufs Boot und hau ab. Ich gehe unter die Erde erstmal. Ach, eins von denen ist tot. Ja, eins habe ich gut erschossen. Mist, das Schwert macht nicht genug Schaden. Ich kriege das nicht weg. Ah, Mann. Ich bräuchte mehr Pfeile. Ich brauche Schwefel und Eisenerz. Ah, hier sind Pfeile. Ja. Lenk du es ab. Meine Pfeile wieder einsammeln. Ah. So. Die war noch ein Pfeil. Was haben wir hier noch? Habe ich hier noch Eisenerz? Nee, aber Schwefel. Oh, eine Menge Schwefel. Das müssen wir später mal mit rüber nehmen. Äh. So. Gibt es hier unten Eisenerz? Ich glaube nicht wirklich. Aber es gibt Unmengen an Kohle. Wolle du mal hier ein bisschen Kohle. Ich fahre einmal rüber und hole Eisen. Ich fahre einmal rüber. Ich fahre einmal rüber. Oh. Alter, die waren heftig. Ja. Und ich bin zu überladen. Oh ne, es sind nochmal zwei da. Ich glaube, wir müssen das zubauen. Glaube ich irgendwie auch. Wie bauen wir Sachen? Ach, da gab es die. Einen Zaun hinbauen vielleicht? Einen Zaun wäre auch eine Möglichkeit, ja. So, ich packe erstmal Kohle ins Brot. Ja. Kohle, alles okay. Alles rüber. Ähm. Ne, das behalte ich mal. Mitzikazi. Weiß nicht. Ich finde die Shotgun jetzt irgendwie nicht so geil. Keine Energie. Ja, das kriegen wir hin. Man erwartet schon ein bisschen mehr, oder? Ja, die hat halt so gar keinen Schaden gemacht. Ich mach mir lieber einen Revolver. Probier mal das mal aus. Set Projectile. Ja gut, Kugeln. Ja, da müsste ich mir grad Kugeln ausmalen holen. Dann mach ich gleich mal Kugeln. Offen. Vor allem. Ah. Vor allem kann ich mit dem Revolver kann ich immer noch den Schild ausrüsten. Und das war auch nicht zu nützlich. Brauch' mehr Eisen. Was passiert eigentlich? Jetzt kann ich mich hier durchbuddeln, ne? Mhm. Eisen. Perfekt. Nimm alles mit, was du kriegst. Und ich trage zu viel. Du musst doch auf sowas achten. Ja, ich weiß ja, wo es gut Eisen gibt. Nein! Hm? Diese Scheißfächer. Oh, drei Stück haben wir jetzt hier. Alter, was soll denn das? Ich glaube, das sind wirklich nur drei und nicht noch mehr. Sonst müssten wir halt alternativ mal gucken, ob wir mal in die andere Richtung gehen. Mhm. Mit dem Drachen. Ach, Quatsch. Ähm. Ich habe etwas gefunden und ich habe keine Ahnung, was es ist. Okay. Wo hast du es gefunden? Unter der Erde. Ich kann es betreten, aber... Okay. Hä? Ach so, oh nein. Ich habe jetzt ausgesehen das Boot zu mir gerufen. Oh, ich brauche Essen. Oh, scheiße. Ich will erstmal alles an Eisen mitbringen, was ich mitbringen kann. Mhm. Brauchen wir für Munition. Okay. So, ich probiere das mal aus. Okay, es... Dieser Ort fühlt sich merkwürdig an, als ob ich eine andere Dimension betreten hätte. Ich habe das Gefühl, es wird anders sein jedes Mal, wenn ich es betrete. Hm. Erstmal nach oben graben. Gucken wir, ob hier irgendwas kommt. Hm. Also hier gibt es auf jeden Fall auch Eisen. Ja. Ich grab mich jetzt überall durch. Da kriege ich jetzt auch Eisen. Ich grab mich einfach mal an die Oberfläche. Eisen und Schwefel. Äh. Hä? Okay, es gibt keine Oberfläche. Was? Oben ist eine Decke, da komme ich nicht durch. Ich kann, also ich kann dich mal versuchen, durchzukommen. Ich nehme jetzt mit, was ich kann und dann muss ich gehen. Oh. Es sind beide Batterien leer. Hm? Die ich dabei hatte. Ja, der Bohrer verbringt. Höhöhöh. Okay, euch kriege ich aber weg. Ha. Du hast einen hohen Verteidigung, Kumpel. Schönen Sie bitte mitkommen, bis ich sehe, wo es lang geht. Kann man die Batterien irgendwo aufladen? Ja, am Generator. Ah. Okay, ich sollte jetzt hier weg, weil meine Energie ist fast runter und, äh. Ja, aber okay, hier ist so ein komisches Portal. Wie kann ich Batterien da aufladen? Äh, drangehen. Einfach. Also benutzen. Dann sagen Batterien aufladen. Ach, dieser Scheiß. Was auch immer das sind. Die Diodenwölfe. Ja. Ich meine, die heißen Diodenwölfe. Nein, Würm, geh weg. Ich bin schon fast am sterben. Auch. Hütter. Ah, das war erst mal ein bisschen Eisenerz. Und sag ich mal erst mal. Alter. Das ist hier sehr furchtbar gerade. Ich komme rüber. Ich habe jetzt ein paar Kugeln. Achso, ich hole mir noch was zu essen. Also, ich habe meine Batterien wieder geladen. Mhm. Aber, hier sind, ich habe jetzt zwei von den normalen Typen gesehen, die einen angreifen können. Und keine Ahnung, wie viele von diesen Elektro-Piechern. Ich komme. Da muss ich wahrscheinlich sagen, Set Projectile Bullet. Gebt mir ein Boot. Oh, Enter Wolf. Ach, ich habe jetzt beide Boote geholt. Okay. Egal. Das war's. Ich hoffe, die stehen nicht wieder am Dock. Doch, sie rennen da gerade hin. Wunderbar. Ich mache mein Boot. Ich habe sonst nichts dabei, womit ich kämpfen kann. Scheiße, ich habe keine Kugel mehr. Puh, das war knapp. Oh, ich bin gestorben. Ja. Ich wäre dafür, dass wir erstmal nicht dahin gehen. Das ist irgendwie... Ich weiß, dass du meinst. Frustrierend. Ich würde vorschlagen, wir gucken uns erstmal die andere Richtung an. Ja. Ja. Wir haben jetzt erstmal reichlich Kohle. Das ist zumindest etwas. Ich koche nochmal ein bisschen. Ja, das ist eine gute Idee. Okay. So. Ich mache mir nochmal neues Zeug. nochmal Ersatzsperrt und ein Schild. Das ist irgendwie echt frustrierend da hinten. Ja, ich glaube, wir hätten das nicht direkt aufmachen sollen oder... Ja. Nur, wir haben halt die Sachen, um es aufzumachen. Warum sollen wir es nicht tun? Ja. Vor allem, wir haben schon die gute Armor. Hm. Keine Ahnung, das mit den Piraten können wir sonst auch noch machen. Wollen wir dafür nicht aufwaffen? Äh, ja, aber fürs Boot. Ja. Ich muss nochmal kurz aufstehen. Ja. Ja. Also, da. Ja. 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 Ich hab mir das Küken mal hierher geholt. Na, okay. Das heißt, man hört jetzt wahrscheinlich ziemlich Zwitscher. Das ist gut. Ich muss mit dem Küken-Küken-Gymnastik machen. Keine Ahnung, wie das geht. Ich kann noch Omelette machen. Ja, ich mach noch ein paar Omelettes. Ja. Nicht so viele. Hm. Ja, genau. Wo machst du das richtig? Ja, und dann picken. Sehr schön. Es frisst. Sehr gut. Ja, chip, 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 ne? Hm. Hm, lustig. Alter, wie viele Eier und so wir haben. Ja. Könnten wir mal ein bisschen was von verkaufen. Ja. Ja. Ich wollte mir 8 Omelettes mitnehmen. Oh, jeder kann sich eigentlich 10 Cheeseburger mitnehmen. Ja, ne, ich mach mir auch noch ein paar. Ich will halt auch nicht zu viele mitnehmen, weil die, sonst wiegt ja auch wieder was. Ja, okay. So. Ja. Ja, genau. Das wäre so gut. Noch einen Schritt nach vorne. Genau. Ja. Oh, es ist gerade zwei Schritte nach vorne gegangen. Mhm. Ich muss dazu sagen, für die Leute, die sich gucken, das Küken ist bis jetzt immer nur rückwärts gelaufen. Ja. Und dann umgekehrt. Wollen wir langsam los? Äh, ja. Weil wie viele Minuten sind wir? Äh, so ziemlich 20. Ich würde jetzt noch zur Drachenhöhle laufen und dann... Okay. Oh, warte, ich muss mir noch Pfeile machen. Das ist eine gute Idee. Ich hole mir hier Holz ab. Und dann rief mir noch mal Pfeile. Katze regelt. Irgendwie, es ist immer so schön, wenn man mal sieht, dass es steht. Und so. Und dann denkt man, hey, äh, dem geht's gut und es packt es. Und dann packt man es weg und guckt hin. Also guckt erstmal ne Weile nicht hin. Und dann liegt es wieder und ist am Zwitschern und fühlt sich scheiße. Das war auch irgendwie dauerhaft Aufmerksamkeit. Mhm. Ich wollte, genau, Werkbank benutzen und Pfeile machen. Mhm. Schade, dass es keine besseren Pfeile gibt, sondern normale Pfeile. Vielleicht kommt das ja noch. Ich mein, wir gehen ja jetzt auf die Magie-Seite. Statt Technologie. Ich guck grad noch mal wegen dem Schild. Was kostete denn der Spaß? Nö. Enchanted Shield. Ja doch, da haben wir alles für. Gut, da hab ich noch nicht rein. Ey, die Katze regelt. Die regelt sowas von. Ja, ich weiß. So, bin da. Mhm. Du musst dann wahrscheinlich gleich erst warten, bis ich angekommen bin, damit du den Drachen zurückrufen kannst. Ja. Upsada. So, dann fliegen wir in der nächsten Folge mal in die Richtung. Jo. Und ich versuche den Drachen nicht anzuschießen. Okay. Bis dann. Tschüss. Ja, ich habe immer noch drei semaine in die Richtung. Du musst das jetzt an